Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Ruckhorti mit mir dem Chris und ihr seht es schon eine CSGO Gambling Seite Was ganz anderes mal und ich werde euch heute zeigen wie ihr ganz leicht Geld machen könnt oder einfach alles verlieren könnt Das ist mir nämlich schon das ein oder andere mal passiert in CSGO, also mit den Skins Ja, ich habe schon um die 100 Euro verloren, ist ja jetzt nicht so viel wie manche andere noch verlieren Aber wir werden heute versuchen wenigstens ein bisschen Profit zu machen mit der Seite hier Das Ganze nennt sich Coinflap Minigame und ja, es wird einfach eine Münze geworfen Entweder ihr gewinnt die Skins von jemand anderem oder er gewinnt eure Skins und ihr habt alles verloren Ja, so ganz einfach geht das, ich kann schon nicht mehr reden, weil ich zu aufgeregt bin So, ich habe jetzt hier ein paar Skins reingepackt, die ich nicht brauche Ich werde jetzt hier meine, ja das sind fast 10 Euro, reinsetzen Dann kommt wer anderes mit auch 10 Euro rein und dann wird halt die Münze geworfen Ihr werdet das ja gleich sehen und ich hoffe einfach, dass ich wenigstens ein oder zweimal gewinne Ich werde das jetzt so lange machen, bis ich keine Skins mehr habe Also wenn ich jetzt gleich den ersten verliere, dann habe ich verkackt, dann sind meine 10 Euro halt weg So ganz einfach ist das Okay, dann würde ich sagen, let's go, machen wir hier einen 10er Coinflip raus Vielleicht gewinnen wir sogar So jetzt nicht ganz 10 Euro, aber man kann immer 10 minus oder plus Prozent nehmen von dem, was man hier halt reinsetzt Und so, jetzt ist die Spannung halt groß Da sind wir, jetzt kann irgendwer anderes uns anklicken Und ich hoffe einfach, bitte, bitte, ich möchte ein bisschen Profit machen Das sind alle Skins, die ich nicht brauche Wenn ich sie verliere, ist halt Pech Aber naja Ich hoffe einfach, dass es was wird Bis jetzt ist noch keiner reingegangen, erst wenn wir hier verschwinden Oh mein Gott, wir sind weg Oh mein Gott, Leute Bitte, 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 lass mich nicht verlieren Yes, Leute, wir haben den ersten gewonnen Wir haben den ersten gewonnen, Leute 10er Coinflip gewonnen So, was haben wir denn hier alles bekommen Oh mein Gott, Leute Wir haben eine AWP Sun & Leo Factory New bekommen Dann haben wir eine Tick9 Avalanche bekommen Was haben wir denn noch gekriegt? Den Capsule Key hier Hä, was hatte ich denn davon noch nicht? Die AK-47 Kartell haben wir auch noch dazu bekommen Ja, würde ich sagen, mega nice Kann man mit diesem Key hier Die Kisten auf der Seite öffnen Mystery Box Nee, die akzeptieren sie nicht Okay, weil wenn man Einen Schlüssel hat, dann kann man hier auf der Seite auch Kisten öffnen Aber, naja, da sieht man ja auch, was die manche Leute hier rausziehen Aber man kann mit diesen Kapsel Keys hier keine Kisten öffnen, leider So, dann würde ich sagen Was hauen wir denn jetzt rein? Ich muss kurz überlegen Was ich davon nicht brauche AWP-Skin Der wäre eigentlich ganz geil Ich habe noch keinen richtigen AWP-Skin Jetzt denken sich manche, oh, what the fuck, warum hat der keinen AWP-Skin? Aber es ist echt, oh Also Die Front of Misty packe ich wieder rein, weil ich die schon habe Also doppelt Aber ich weiß nicht Gehen wir sogar ein bisschen mehr als 10 Euro rein Dann hat man nämlich auch eine größere Chance zu gewinnen Muss ich kurz gucken Äh, wieder 10 Front of Misty, was haben wir denn rausgewählt? 5-7 und die Ne, hä? Ne, die habe ich nicht reingepackt So haben wir es gemacht So, ich hoffe einfach, wir gehen noch ein Und wenn ich jetzt tatsächlich nochmal gewinnen sollte, dann höre ich auch auf Weil meistens ist es so, dass man, wenn man zweimal hintereinander gewonnen hat Dass man dann das nächste Mal verliert Deswegen werde ich auch gleich aufhören Falls ich jetzt hier verliere So, ich hoffe einfach, dass ich tatsächlich nochmal gewinnen werde Und wir sind schon gepickt worden Oh, oh, Leute Oh mein Gott, das ist der gleiche wie eben Wenn wir jetzt nochmal gewinnen, dann ist das natürlich ziemlich mies für ihn Aber ich hoffe es einfach Ach, nein Scheiße Oh, fuck, Alter Ja, hä, wie viel haben die sich gerade bitte abgezogen? Jetzt haben wir nur noch 9 Euro auf dem Konto Lol Okay, die Seite zieht sich tatsächlich auch ziemlich viel von den Skins ab Aber naja, jetzt müssen wir halt nochmal reingehen Es tut mir leid Wenn meine ganzen Skins jetzt weg sind Oh, okay Wir gehen mit 9 rein Weil mehr habe ich jetzt nicht mehr Ich hoffe einfach Dass wir nochmal gewinnen Und wieder ein bisschen Profit hier machen Wenn wir jetzt nochmal gewinnen, höre ich glaube ich auf Ich bin mir nicht sicher Aber am liebsten würde ich so auf die 30 Dollar kommen Weil wir waren ja gerade schon bei 20 Und haben jetzt den ersten verloren So, jetzt heißt es warten, bis wir gepickt werden Oh mein Gott, Alter Ich bin so nervös Nervös, im Fall Dazu noch Energy Drink, das bringt's Ja, wann werden wir jetzt irgendwie mal gepickt oder so? Nein, gar nicht Doch, jetzt Oh, shit, Leute Wenn wir jetzt verlieren Das wäre echt scheiße Bitte, bitte Please 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 Fuck So schnell kann's gehen, Leute Ich hab euch gewarnt Also nicht nachmachen am besten Äh, fuck Ich hätte die Skins einfach behalten sollen Ja, so schnell verliert man sehr Geld Oh, fuck, Alter, nein Naja, egal Jetzt haben wir halt unsere Skins verloren Ist natürlich jetzt ein bisschen mies Aber die Skins habe ich eh nicht gebraucht Scheiß drauf, Leute Ähm, falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt Dann könnt ihr gerne ein Like da lassen Und ja, ich würde sagen Wir sehen uns das nächste Mal bei einem neuen Video Mit mir, dem Chris Bis dann Ciao, Leute Mmh Tsch Vielen Dank.